Herzlich Willkommen zum zweiten Video auf unserem Kanal. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, da haben die News gerne in einem Shop der Ecke. Ihr könnt sofort und gleich die Dekau, dann auf an dem drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würd sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einen Shop vom 30.11.2019 und wir haben heute im Shop zwei neue Items, drei neue Items. Okay, wir fangen aber an. Sieht auch krass aus. Ja, es sieht wirklich geil aus. Glühend. 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 weil es gibt es aber auch keine mühe menschen so also mika mika zeigt die man das ist die lady mit den pinken haaren und die kriegt von mir nicht so viel 15 15 mal schön die nicht 6 von 10 3,1 zu 5 bei 20 gottes am 24 juli 2019 dreimal und das kann sein ja da finde ich eigentlich die normale zahnseite besser 500 wie wachs weiß noch wie du dich geärgert hast dann was ist das teil rauskam von mir 7 8 8 425 bei 26 und 10 august brauchen wir kommen zu bedacht mega geil ich glaube das teil hat wieder morg von 500 wie wachs bin ich ziemlich gut er erinnert mich übrigens an zurück in die zukunft ja mal die mcfly auf der bühne 3 3 3 85 bei 18 groß war am 13 juni 2019 ist ein thema und sieben ist doch bei dem shop glaube ich ja kannst du ja hast du doch immer mal zwischendurch 100 also die wollte findet den schrottkübel finde ich nicht so toll schrottkübel kriegt von mir von 10 2,835 bei 13 14 september februari 5 wahl und sie ist so wer text paket finde ich auch nicht so toll geht von mir auch 6 von 10 2.000 2.000 wie bachs ja gut okay ja egal also habe ich von mir 6 von 10 6 von 10 von dir ja okay von mir ich habe mir damals verkauft haben wir verkauft so ja gibt es doch keine benutzung so dann aber den vertex kannst du direkt anklicken weil er ist ja alt kannst du deine noten gucken so ja da habe ich doch hier hier ist das mal genau kannst du sehen wie man es denn genau 3 2 8 2 1 9 6 7 8 zum schock gewesen dann sieht man 250 mal das so 230 tages ist es jetzt mal im schock ja so sondern kommen wir zu zucki haben wir sogar ein gameplay oben rechts verlinkte lecker für zwölf von der bieber sorry leute wir können immer noch keine gameplays bringen wir uns stürzt immer das spiel nach einer minute gameplay angucken ab ja warum auch immer keine ahnung ich weiß nicht womit zusammenhängt ich bin noch nicht in der kamera mit einem schlechten kamer ja das ist mein bett kam er genau zu mir zucki kriegt von mir 7 von 10 6 6 mal und nur 26 und sechs mal und heftige erhebiert das teil 6 von 10 jahren sind ja die von 10 4 5 5 bei 12 8 6 was ich da wo zu lassen ist eine firma einer stachel ist nicht hässliche lackierung muss ich dazu sagen teil kriegt von mir 4 von 10 hier wird dran der wie bachs 15 25 und was ist ja gut da kommen wir jetzt ja das neue lackierung oder sieht schon irgendwie aus ich weiß wo ja da gibt es diese gibt es die das war die bei diesem wo ich mir auch den die diese spur geholt habe nein es war nicht so dass er auf dem magien ja ja wenn wir dieser bösen mit dem mit dem kran oder wie heißt der heilige gerade oder wie heißt der film aber da gab es das und ach wie heißt denn das das war eine böse hexe oder wie das war in so einer prozent ja den duftest und den du musst wo sie zum schluss alle möglichen stromnetze miteinander vernetzt haben um die in der mitte wieder zu leben ja wie heißt das in der magie nein 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 quatsch ich weh sind nicht schlecht ich weiß keine ahnung wo es den film damals vorgeschlagen und von zehn damals so toll so für meine das ist nicht bei der füße von 99 von 10 von mir auch noch die falsche drinnen wie heißt die dann glühst 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 255 bei drei worts und einem reminder was so dann sind wir jetzt hier machen das ding ist so mega geil mega geil also brennende bestie teufel ich selbst kapitel 2 season 1 eingefügt auch was ehrlich so kriegt auf jeden fall drehen mal ich will mal sehen wie das sieht da von hinten aus alter ist das ding geil kriegt von mir auf jeden fall zehn von zehn mir auch 435 bei drei worten sechs und jetzt aber jetzt mal frage an dich was was findest du besser drache oder das ding doch was für drache oder das ding ihr drache oder das ding welcher drache ja da gibt es ja mehrere jetzt gibt es in der eisdreise eisdrehen findest du besser okay so also glühend heiße klingen verachtete wie man es oder euer krieg von mir abwarten 7 von 10 die mann und meiner dämonika dämonika neun von zehn der die heiße lady 405 108 wo es beim 22 nicht mehr zu lassen also schon gewesen sie mal 111 was passt sogar perfekt 111 wir uns den mal an wurde schon vor ein paar wochen geliegt ja 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 wir können uns gucken am 20 so geil 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 so mal an dem bitte an so mal an den weiteren das ist ja das habe ich gesehen aber guck mal da oben auch sind es ist so an dem an dem loch da da kommt auch dampf raus siehst du das ja ich jetzt hier raster kommt dampf aus dem jahr aus und das ist wieso laba den alter verdacht das soll aber da stellen hell gleich weil das ist der hammer ich finde den richtig ich finde zeig auch mal das backpack backpack von oh mein gott für 1500 wie works oh mein gott gehen wir zudem zurück bitte schon was an der verketten da vorne dran ketten was ist das verketten kennen wir an dem armen der schrotpatron schrotpatron ja das sind ketten das ganze kippen wie an erkennen auch so ist eigentlich schon den mega ich finde den mega krieg von mir auf jeden fall zehn von zwei jahren jetzt kommen zum shop dominion werden welche von mir eigentlich ein loch wird die neuen items sind geil genau denn der rest der hier drüben war naja gut nicht dass ja auch nicht er ist hier war war fand ich einigermaßen okay also die neuen items sind halt schon mega geil also ja okay dann ja nur das jahr gegeben hat den dingen damit ja ja da würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dass wir gerne ein daumen nach oben da used unseren support der code zur folge der chef aus der beste pläne eintrag weil wenn ihr den eintrag gewinnt ihr automatisch zehn matches miteinander und wir machen hier in salto rückwärts genau und dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dass wir gerne auch nach oben da schreibt ihr was tolles in die kommentare ja ist ein daumen nach oben da aber das ist schon mal sagt schon dreimal ja bis dahin hat rein und tschüss